Okay, wir sammeln erst mal ein bisschen ein. Rotaugenwächter, okay. Hä, die brauchst du jetzt schon. Du. Schnuspel, du. Was haben wir hier noch? Den Pirscher Minenwerfer haben wir abgeschossen, ja. Komm schon, nimm alles. Da liegt noch was. Da, 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 da. Ähm, hier ist der. Aber. Wieso die nicht durch meinen schönen. Ja, Grünkland. Durch meine schöne Falle gelaufen sind, das war echt schade. Das war richtig schade. Hier war noch irgendwo was. Komm. Ähm, weiter gucken wir noch mal kurz. Hier oben. Uns um. Da, ein bisschen grüne Farbe. Oder? Mitternachtsblüte. Ja, ich komm gleich. Ich bin gleich bei dir. Oh, was haben wir hier? Ja, Schrotthaufen. Mensch, ich will so einen komischen Zahn haben. Ich sammle hier. Oh, vielleicht kann ich den auch irgendwo kaufen. Auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. So, jetzt gehe ich mal zu der Spur. Wo war die Spur? Die kommen in meinen Rucksack. Irgendwo hier hinten. Hier. Ach, die Samentasche. Hat man die nicht vorhin schon genommen? Vielleicht wissen ja Fane und Kel in Reinklang, wem diese Tasche gehört. Okay, Utarus Samentasche. Aber wir hatten doch vor uns hier von ihr schon was genommen. Hm, das ist ja spannend. Okay, zu Bré zurückkehren. Ähm. Was ist denn das? Da gucken wir erst nochmal, was das da drüben ist. Vielleicht finden wir noch einen. Okay, hier waren wir schon. Ja. Hier ist der Tisch. Ein Lagerfeuer vielleicht noch. Oh, was? Einfach so? Boah, cool. Das machen wir. Ja, das sitzt. Hahaha. Da gucken wir an, was wir da drüben finden. Bestimmt eine Maschine. Okay, da leuchtet was. Da leuchtet etwas. Wer bist du denn? Ach klar, natürlich. Ja, blockierter Weg. Mann, nervst du mich. Du blockierter Weg. Oh, was ist denn da? Ach so. Du bist ein Spitzen-Himmelskleider. Und wir brauchen... Warte mal. Zurück. Ähm. Hä, wie komme ich denn ins Menü nochmal? Ach so. Wir brauchen aber... Wir brauchen aber... Warte, 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 warte. Wo war das denn? Nein, 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 nein. Krallenschreiter Klingenschweif. Ach man, das ist doch alles. Das ist doch alles nichts Ganzes und nichts Halbes. Das ist 495 Schritte. Gräser Areal. Na gut, dann... Was haben wir hier? Krallenschreiter. Uah. Okay, 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 okay. Das ist natürlich spannend. Ja, ist ja gut. Ah, immer noch. Mit einem Schuss reicht's noch nicht, ne? Oh, was hat er denn Schönes? Hallo? Schweinchen? Hä? Wo ist denn das Schweinchen hin? Hä? Gerade eben... Hm, na gut, dann halt nicht. Gerade eben war's noch da. Ist bestimmt hier irgendwie runtergegangen. Nein. Nein, du solltest doch gleiten. So, dann gleiten wir mal. Ich kann die Maschine erst überbrücken, wenn ich in der richtigen Brutstätte war. Ja, das stimmt wohl. Wir lassen die mal in Ruhe. Ich will ja zu den... Krallenschreitern. Ja. Ist schon gut. Ich war... Ich bin gar nicht da. Jetzt haben wir hier eine schöne Brücke. Ach, Steine. Mist. Aber ich glaub, wir sollten doch lieber zuerst zurückreisen, weil... Heilung und so... Wär vielleicht ne gute Idee. Wir haben zwar jetzt ein bisschen eingesammelt. Medizinbeutel voll, ja. Äh, ich tue mal das Quest aktiv machen. Und zwar Aufgaben... Quest aktivieren. Krallenschreiter Klingenschweif. Jetzt schauen wir uns den Krallenschreiter mal an. Wo ist er denn? Wahrscheinlich wieder das erste, oder? Hä? Ich bin ein wenig verwirrt. Schlängelzahn. Langhals. Wo ist denn der... Mann. Heißen die vielleicht doch anders? Krallenschreiter Klingenschweif. So heißen die. Spitzenkrallenschreiter. Spitzenkrallenschreiter. Eine Variante des Jägerkillers. Die an den schwarzen und gültenen Rüstungsplatten. Sowie lilafarbenen Muskeln zur Kenne. Sie wurde modifiziert, um wesentlich robuster und tödlicher. Natürlich. Was denn auch sonst? Ich brauche äußerst scharfe Metallklingen. Ach du Schande. Kann durch Abtrennen des Bauteils mit Reisschaden erlangt werden. Ähm. Wird zerstört, wenn getötet. Natürlich. Die musste... Boah, Mann. Also ganz hinten hat er die. Ganz, ganz hinten. Da ist er. Da, das Ding. Ja, das. Nein, nein, nein. Braucht nur den Klingenschweif. Mist. Ja, das Ding. Nein. 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 Mann. Mist. Oh, ach, da war einer. Oh, mein Leben. Hä? Warum hatte ich jetzt noch einmal kein... ...gesundheitsvoll und da stand aber... Ah, ich könnte... ...nicht, nein. Ähm. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, auf welchen ich... ...mich fixiert hatte. So, aktiviert. Aua. Ist er... Ne, er ist immer noch dran. Mann. Nein. Immer noch. Oh, der geht doch gar nicht ab. Das ist ja der Wahnsinn, das Vieh. Ist er immer noch dran? Der ist ab. Er ist ab. Er ist ab. Komm. Er ist ab. Aua. Der hat seinen noch. Ja, der hat seinen noch. Hey. Mist. Okay, den kann ich wegmachen. Und da drauf. Hey, der lebt immer noch. Was sind denn das für Viecher? Das ist ja Wahnsinn, was das für Viecher sind. Er immer noch. Ja. Ohoho. Jetzt aber. Ja, dich aktivieren wir mal. Ähm. Ist der Schweif weg? Nee, da schweifelt es noch dran. Da ist er. Ich weiß nicht, ob der Armst weggegangen ist. Ja, das war... Ich weiß nicht, ob das ein Treffer war. Ja, das war ein Treffer. Ja, das war wieder ein Treffer. Das war kein Treffer. Das war ein Treffer. Mann. Ja. Ist er abge... Zeig mal her, ob er abgeflogen ist. Ja, es sieht so aus. Ah nee, da ist er noch. Mist. Er ist immer noch dran. Meine Herren. Heilung? Das ist ja nervig. Nein. Das war ein Schwachstellen-Treffer. Wo, wo, wo? Okay. Ja, ist ja gut. Muss noch wieder scannen. Und dass ich auch seinen Schweif... Erkenne. Nein, da war der Schweif. Ah. Ich will den Schweif. Oder den Dorn oder was auch immer. Na, zeig ihn mir. Komm. Aua. Da ist er. Hallo, steh auf. Ah, steht sie nicht. Na, das wird spannend. Ich glaub, den krieg ich nicht mehr. Also, es ist schon echt schwierig. Gerne noch mal kurz. Ja. Das sah gut aus. Oh, aber ich weiß nicht, ob ich den abgetrennt hab. Bauteil abgetrennt steht da. Wo ist es? Hallo. Ich sollte alle Maschinen-Kadaver plündern. Sie könnten Teile haben, die ich brauche. Ja. Mal gucken, ob ich den anderen auch abgetrennt hab. Zwei, ja? Oh, Krallen-Klingschweif. Zwei Stück. Ah, das war aber auch ne Kür jetzt. Also, das war echt... Puhi. Aber wir haben zwei... Ähm... Es war auf jeden Fall sehr gut. Zeig mal her. Hier. Wir gehen noch mal das Areal kurz ab. Haben wir da wirklich nichts Wichtiges... ...übersehen haben. Da ein bisschen Farbe. Okay, da liegt doch noch was. Da liegt noch etwas. Okay, hier. Ja, schön. So, die Farbe da oben holen wir. Okay, wir gehen erstmal da hoch in die Richtung nochmal kurz. Ja. Ja. Und dann reisen wir zurück. Okay, wir scannen nochmal kurz die Umgebung. Was haben wir da hinten? Lagerfeuer. Ja, das Lagerfeuer. Das holen wir auf jeden Fall. Das haben wir noch nicht erkundet. Komm. Und davon da aus können wir gleich reisen. Hallo. Gibt's hier sonst noch was Schönes? Uh. Uh, 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 uh. Uh. Grün Glanzsplitter. Danke schön. Dann holen wir uns hier noch ein paar Pilzchen. Hier. Nimm. Und nimm. Und dann. Reisen wir. Hallo. Okay, wir gehen die andere Seite nochmal lang. Was ist hier? Flusslied. Diese Richtung. Flusslied. Hier, wa? Reinklang. Bildnis. Rebellenaußenposten. Ja. Uiuiuiui. Ich bin ein wenig hin und weg. Okay, wir reisen jetzt zurück. Ist ja gut. Ich habe es verstanden. Wir reisen zurück. Nee, da nicht hin. Das können wir jetzt erstmal wieder deaktivieren. Nach Reinklang. Hierher. So. Und dann sprechen wir. Mit. Unserem Freund. Lass mich mal kurz die Quest wieder aktivieren. Der Sporn. Mit Bré. Genau, so wie es da stand. Ähm, Bré. Wir sprechen mit Bré. Der Eingang ist wohl hier. Nicht wahr? Hm. Und mal sehen. Ach ja, gehen wir erstmal zum Kistchen. Das stimmt. Und füllen unseren Vorrat auf. Danke. Heilung haben wir gleich wieder voll gemacht. Obwohl wir so viel Rüstung haben. Aber man weiß ja nie. Wir alle betrauern Kalais Tod. Ja, das. Aber wir müssen nach vorne schauen. Nein. Nicht bevor ich von Aloy höre. Vom Aloy. Vom Aloy. Vom Aloy. Neher. Wir kaufen alles, was wir kriegen können. Otaru Erntearbeiterin. Otaru Erntearbeiterin. Otaru Erntearbeiterin. Unaffällig Tarnfernkampf. Panzerwanderzirkulator. Otaru Erntearbeiterin. Ist egal. Alles. Wirksame Medizin. Niedrige Gesundheit. Langbein Zirkulator. Gott. Spulen. Die können wir auch alle kaufen. Ausdauer Regeneration. Fall Limit. Stellerschlag und so weiter. Ja. Gut. Okay. Haben wir erstmal zugeschlagen. Ob wir es brauchen oder nicht. So. Brie. Erzähle. Oder ich erzähle dir was. Ihre Tasche. Du hast sie. Brie. Sie ist nicht gestürzt. Das war Mord. Was? Ich bin hoch zum Sporn gegangen. Dort war... Kalee und... Auch die Leiche ihrer Mörderin. Das ist unmöglich. Der Suchtrupp hat dort gesucht. Da war nichts. Die Leichen waren in einer anderen Lichtung. Und dort hat niemand gesucht. Als ein Kirscher sie anfiel, wollte sie gerade Kalees Leiche verstecken. Wer war sie? Ich hoffe, ihr wüsstet das. Das ist ihre Samentasche. Die gehört Leiner. Sie ist Kales Lehrling. Das verstehe ich nicht. Warum tat sie das? Fragen wir doch Kale. Aber sie... Hey, du! Wo ist Kale? Sie ist durchs Osttor gegangen. Vor rund einer Stunde. Sie geht nach Hause. Sommerwind. Sie läuft weg von ihr? Aber sie muss vor Gericht. Ich hol sie ein. Wohin muss ich? Da ist eine zerstörte Siedlung an der Südgrenze. Dort wuchs sie einst auf. Wir holen erst noch die Wache. Und versuchen dich einzuholen. Okay. Also, wir müssen nach Sommerwind. Wo ist denn Sommerwind? Zeig mal her. Okay. Das liegt auf dem Weg. Das gefällt mir gut. Ne, dann machen wir das. Können wir da runtergleiten. Das würde mir gut gefallen. Ja. Also, auf nach Sommerwind. Wir machen die Sache weiter. Bist du ein infiziertes... Oder... Langgott-Pflughorn. Zahme Beschaffungsmaschine von religiösem Interesse. Für den Otaru-Stamm. Lässt sich nicht stören. Okay. Das Tier scheint... Auf jeden Fall... Okay. Ich hätte mal die... Kann ich die nicht herstellen? Die... Ähm... Die hier? Ne, die kann ich... Ah, die hätte ich da beim... Getränkestand herstellen müssen. Naja. Egal. Wir begeben uns nach Sommerwind. Und wollen mal mit Kel sprechen. Komm, komm, komm. Auf nach Sommerwind. Düdum, 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 düdum. Wir reiten mal hier durch. Lagerfeuer entdeckt. Steigen wir ab. Wo ist das Lagerfeuer? Wir gehen erst mal zu dem... Hä? Das Lagerfeuer? Oder ein anderes? Ah, ne. Das ist schon richtig. Da ist es. Sonst noch was Interessantes hier? Nicht. Hm, aber irgendwo muss... Oh, da oben. Da oben. Komm ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Aha. Einfach die Treppe hochgehen. Ist ja logisch. Da ist Kel. Was hat sie da? Jetzt weiß es jeder. Es war nur eine Frage der Zeit, als du die Klippe hoch bist. Du hast dem Mann, dessen Frau du ermordet hast, gesagt, er soll nach vorn schauen. Ich habe doch nie gewollt, dass es so weit kommt. Warum dann? Kalé säte die Saat der Zwietracht. Sie wollte, dass die Utaru Reinklang verlassen. Dass wir unsere Heimat verlassen. Wäre es dazu gekommen, wäre das am Ende zerstörerischer gewesen als jede Krankheit oder Maschine. Du befallst ihren Tod? Alles hat seine natürliche Ordnung. Wachstum. Verwesung. Tod. Das ist der Lauf der Dinge. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln. Also beseitigte ich, was uns bedrohte. Und es tut mir aufrichtig leid. Doch jetzt ist es vorbei. Ich sorg dafür, dass du für das verursachte Leid bezahlst. Zu spät. Die hat sich vergiftet. Das ist Kampf. Niemand wird sich an dich erinnern. Dein Herz, es endet mit dir und du hast trotzdem versagt. Schwierig, ne? Also das hier wird wahrscheinlich nicht stimmen. An die Schlimmen erinnert man sich immer. Und es endet mit dir, weiß ich nicht. Herz, das ist so komisch. Ne, ich mach das hier. Du wolltest Calais Meinung unterbinden. Meinst du, es nutzt in Tradition? Wenn die Leute davon hören, was du getan hast? Nein. Und du bist weg und kannst nichts mehr dagegen tun. Nein. Sie musste vor Gericht. Calais verdient Gerechtigkeit. Kel dachte, dass mit Calais ihre Ansichten sterben. Widerleg das. Das wäre Gerechtigkeit für Calais. Es ist nicht viel. Aber bitte nimm das hier. Als Dank. Ich muss mich nicht mehr auf ewig fragen, was wohl mit Calais passiert ist. Wie eine Seuche. Drei unserer Leute sind tot. Und wofür? Ich geb's zu. Ich wollte dich nie unter uns. Aber jetzt sieht es aus, als müsse ich dir danken. Du hast uns die Fäulnis gezeigt. Die hier um sich griff. Tut mir leid, dass es so kommen musste. Die Fäulnis ist jetzt weg. Neues kann wachsen. Das haben wir doch gern getan. Nebenquest abgeschlossen. Der Sporn. Oh, Himmelskleider Klingenschweif. Drei. Hey. Ich sorge dafür, dass man sich um Kells Leiche kümmert. Ja, sorge mal dafür. Und du? Ich pflanze Calais Samen in Rheinklang. Das geht nur dank dir. Ja, bitte. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir sehr leid. So, noch irgendwas hier. Wir scannen mal noch ein bisschen. Das sind meine Freunde. Okay. Jetzt haben wir schon drei von den Klingenschweif. Toll. Aber immer noch kein Zahn. So ein Zahn wäre wirklich toll. Äh, wir reiten zurück. Da ist noch eine Queste offen. Der, die das quest. In diese Richtung, ne? Ja, komm. Einfach. Einfach zurück. Da ist noch etwas offen. Ähm. Na komm, dann steigen wir halt mal ab. Wenn du dich hier schwer tust. Dann gehen wir so Fuß. Aber irgendwie haben wir den Eingang ein wenig verpasst. Habe ich so das Gefühl. Ach, geht auch so. Gott. Und das geht auch so. Dudum, dudum. So, und da habe ich noch ein leichtes Questchen irgendwo gesehen. Das wir ausgelassen haben, anzuquatschen. Mir geht's gut, ja. Komm. Okay, haben wir, haben wir schon voll. Haben wir voll? Da ist wieder ein Ausrufezeichen. Hast du noch was für uns? Nee. Schnellreisepaket. Okay. Ähm. Was kostet mich das denn? Nur Metallscherben. Okay. Ähm. Kaufen wir mal. Rohstoffe. Irgendwas besonderes. Sprengpaste haben wir alles voll. Okay. Also immer wenn da ein Ausrufezeichen ist, denke ich, die hat was Neues. Oder nicht? Hm. Wo ist denn da? Nee. Wo ist denn eigentlich das Quest? Zeig mal her, das ist. Hä? Jetzt ist es verschwunden auf einmal. Nee, hier. Wollt schon meinen. Da oben. Wollt schon meinen. Hier ist doch noch eine Queste. Jochen. Wollt schon. Dankeschön. Oh. Go. Ja. Ja.